Das haben wir schon öffnen. Ach ja, hier, schaut's nochmal her. Hier werde ich das auch noch öffnen. Okay. Wow. Zuerst die. Ein Wulnona. Dann die. Ein Mega-Totok-X. Und dann die. Was ist das? Imakunis Dodo. Dodo. Locker aus dem Handgelenk, wenn sich dieses Dodo zurückzieht, wirf diese Karte wie ein Frisbee, so weit weg wie du kannst, um dem flüchtenden Dodo den großmöglichen Vorsprung zu verschaffen. What a harmonisieren. Sobald du diese Attacke einsetzt, musst du anfangen ein Lied zu singen. Während du singst, geht das Spiel weiter. Wenn das Lied zu... Wenn das Lied zu Ende ist, fügt dieses Angriff 30 Schadenspunkte zu. Was? Hier ist es gerade gar nicht in offiziellen Turnieren angesetzt. Was ist das für eine Karte hier? What the heck? Wenn ich angreife, singe ich ein Lied und das macht es nur so stressig schon. Ach Gott. Wenn ich das in dein Deck reingebe, muss ich jedes Mal singen, wenn ich mit dem angreife. Ach, ich bin gespannt. Oh, ist eine unzulässige Karte? Ich darf sie nicht spielen? Na, da werden wir mal schauen. Was ist das? Ältere Karten. Unbegrenzt. Schauen wir einfach. Ich will nur wissen, da... Das ist sowas... Ja, ja. Das ist sowas... Ach, do-do. Nein, do-do. Nicht do-do. Sondern do-do. Do-do. Da wird das drinnen haben. Okay, nein, ich darf nicht damit spielen. Das ist ja voll der Käse hier. Okay. Aber coole Gotte. Muss ich schon sagen. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.